hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten folge von evoland das letzte mal waren wir ja hier ja schon im kreis laufen haben diese kisten hier zwar schon eingesammelt aber scheiß drauf oder nicht gespeichert so und jetzt fordern wir uns den weg frei und einen stern gefunden ich wette da hinten ist eine karte ich bin so gut okay ich muss das also einmal im kreis gehen bitte stirbt ich glaube was mir gerade noch einfällt ich muss eigentlich wo ist er denn egal nein kurz nicht machen wir beim nächsten checkpoint wenn ich speichern kann nicht dass hier nochmal laufen muss ich habe hier den baum fest scheiß läder raus was braucht ihr denn naja was willst du tun oh wir pixel die texturen dann läuft ich bei denen das wollte ich gleich dann ich habe schon halb jetzt verloren ja gut sind wir hier laufen kann zurück zu diesem hässlichen dorf in dem kinderhasser dorf na ja jetzt ist es bei mir genau an dieser stelle sind wir gerade mal kurz ins haupt stellen das mal beides auf 1 weil ich habe gemerkt dass das letztes mal zu laut war nein fortfahren bitte also wenn ich auf wenn ich auf neues spiel drückt dann dürfte mich schlagen gleich das kaputt machen wieso nicht dann halt wieder nach unten richtig doch nicht in das dorf die überhaupt richtig nein ich glaube das war richtig lebensbonus monster werfen jetzt keine herzen an kisten animation sieht es total cool aus wenn ich den gegenstand finde es ist geil das habe ich mir schon immer gewünscht er stirbt an krebs herz abgeworfen sehr gut aber richtiger monge ist keine herzen soll das auch nichts dahinten einfach nur zu mitten ich moin mir macht ja spaß auf meine nächste sackgasse nein hier ist sogar eine kiste welcher wunder kamera so und eine wespe gefunden dafür bin ich da gar nicht garantiert hingelaufen ich weiß gar nicht was sie genau bringen aber man soll halt alle sammeln machen wir hat aber hat die texture das spiel wird immer besser texturen sieben von hier ja okay wenn wir es schaffen sie durch die quere heimat drauf ja ich hoffe ich nicht alles gut bin ich bin mein held dann gehe ich da nicht hin kein bock ne einfach nein was da drin noch sterne ich bin einfach nur sterne ich liebe einfach gar nichts anderes ich kann nichts falsches finden ich bin einfach nur sterne hier ist nichts nichts ist da dann gehe ich jetzt halt zurück man kann dieses spiel übrigens fast mit einer hand spielen ich spiel gerade mit der linken hand benutze noch meine rechte hin zum schlagen ja wunderbar ja genau das sieht alles aus wie fetti sagt dazu mini geöffnet toll ja ja hätte das genauso was ihr wird dieser bau sagen jetzt sei ja bau ja dieses spiel kämpft einfach nur alle zusammen was es an spielen bereits gibt die erfolgreich sind der typ heißt klink zelda da zeichen von bau sein super mario läuft bei dem kräuter die fresse zerbrechliche typen wir haben hoch schläger also Modi die dinger noch zerbrechen weil herzen drin vielleicht sollte ich auch ein paar davon stehen lassen also dann hätte ich nachher noch was davon falls man sie mal brauchen sollte ist nichts okay anscheinend ach ich bin auf den knopf gekommen entschuldigung richtig richtig steht noch wirklich habe ich gesagt also kriegte ich auch er ja toll fallen raum ja danke danke spiel ich hasse dich richtig da gibt es gibt doch ein tun aber gibt noch eine belohung dankeschön hat drin schlüssel sehr gut gerade mal auf ja ich weiß ich habe keine ahnung wofür da sein könnte was das hat mich überrascht ob das mal eine umarmung gleich ein spart von mir in die fresse alter dankeschön gibt den typen gleich eine umarmung dann haben der aber nichts mehr irgendwo ist irgendwas passiert schon wieder weil die merken selber dass die mongos sind ja ich habe ein dickes schwert da wäre ich ja verrückt ok wer hätte es gedacht es ist etwas passiert ich habe keine ahnung wo ich hin muss diese könnte fliegen blöde ich habe kein schlüssel oder nein aber das wäre ja auch zu schön gewesen ich und genauso müsst ihr immer um kurven laufen nein animation ich sehe die fliege aus hinter mir jetzt kommt gleich der turn on das leben meines Lebens turn on man sollte doch mal in origins aufgehen ja noch ein stern ja stern kassiert alter nichts im inventar mich nicht gehen wir jetzt zur tür machen die mal auf mal gucken was dahinter ist man sieht es im glück nicht dahinter weil wir irgendwie eine ansicht von schräg oben haben boah alter dieser typ der typ ja oh scheiße er ich brauche dich nicht hoch einfach immer um kanten laufen dann kann da nichts tun verschiebbar klotz ok Tür geht auf krass diese rätsel hier sind hammer schwer hammer schwer sag ich euch du bleu der Fledermaus irgendwas ist passiert irgendwo krass mehr hätte es gedacht und zack feldermaus töten wunderbar darunter was passiert hier wie sich der raum leer oh nein wer hätte es gedacht eine falle wenn es jetzt geht nein man was will das was will das was will das ich will mich jetzt hier herkennen das ist richtig räudige COD Kiddies räudig oh ne kommt er schon richtig räudig immer hinter der ecke stehen durch die ecke schlagen na weil zum glück das spiel ja gar nicht verpackt ist also ein hd interface mhm lecker und jetzt noch wie sie die menge ja ne ja das habe ich gemerkt ich habe keine wunden dummies gebot wow freigeschaltet loch toll oh ah so kann man es natürlich auch machen falle rechts rechts fuck fuck ödische räudig hilfe 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 oh oh wirbel man 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 ja genau ahja komm sagt mir doch dass es eine 3er folge ist du mischgebot ja genau er fickt dich doch du scheiß spiel jetzt oh nein nein ja genau das ist ja hoch oder was geht der ja 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 sporn im anderen raum äh das ist das ist das ist wenigstens glaubt das auch noch ein herz ich darf nicht runter gehen das heißt sie fangen einfach ganz einfach an und das auf den leichtesten weg wow wow das war furchtbar schwer dieses rätsel unknackbar leute unknackbar wirklich packfeder ja genau donnen das braucht's ja genau ja bestimmt und schlüssel die fresse gerade mal wofür die fresse gerade mal wofür ich hab's geschafft ein speicherplatz aber wirklich wirklich verarsch mich kein 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 kann ich reinfallen nein in wasser kann man nicht fallen in lava schon ich habe ein schlechtes gefühl meine sache dass er auf wohin trittet das ist ich hasse euch alle ich will nicht in lava fallen M-moh! M-moh! Ja, da! Ist es geschafft? Ja genau! Bestimmt! Alter! Mal liestet! Oh nee, man! Nee! Alter! Das Erste, was weg muss, sind Entweder die Feuermagie Oder diese hessische Fledermäuse Die Schwertkämpfe kann ich am Anfang nicht besiegen Das weiß ich euch einfach! Oh, du hässlicher Zu viel Zwerg Alter! MAAAN! Hey! Boss-Tor-Schlüssel Ja, Bowser ist der Boss Bowser Jetzt soll ich beide Eimer eingehen Muss ich sie nur noch finishen Naaaaaah! Ja! Ja! So, jetzt können wir um die Ecken campen Oh! Dude! Danke! Geschafft! Alles ist tot! Nein! Was lebt denn aus so nem Judenkopf? Nein! Was lebt denn aus so nem Judenkopf? Oh man! Ne! Drei Teile von meinem Herz fehlen Oh! Jetzt muss ich da überlaufen Okay! Halt! Stopp! Das sind noch Truhen die ich holen kann Das musst du erzählen! Oh! Okay! Ah! Neuer Stern! Wunderbar! Ist doch nichts mehr? Okay! Hier noch was? Da ist was! Da muss man sich dann reinspringen Glaub ich Weil Hier auf dem Drehst du dran Ich kann es nicht kaputt machen Gibt es TNT in dem Spiel? Wäre ganz gut TNT ist immer gut TNT macht Freude Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ja, ich glaube ich bin vorbeigelaufen Ja, ich bin dumm Die Macht des Bosses vor uns ist stark Hoffentlich ist es noch nicht ein furchtbares Monster Vielleicht ist es diesmal ja niedlich Halt die Fresse Ist es niedlich? Da kommt etwas Nein, es ist nicht niedlich Was? Ein Faker? Wo? Ja, richtiger Mongo Was kann der eigentlich? Muss er wahrscheinlich nur in die Wand locken Aber Was? Kann ich in der Frau? Na, richtiger Mongo Und ein bisschen schwarze Fliegeräse los Aber die droppenherzen Aber Aua! Verre- Mann! Verarsch mich nicht! Der Boss fällt, ne? Rrrr! Rrrr! Haha! Du bist mir richtig ja Mongo Aua! Na, ich brauche noch einen Hit! Richtig schlechter Boss! Einzigste was mich angekotzt hat sind die Feuerbälle Die Dinger droppenherzen Die sind schon voll gut Mag ich Gefällt mir Äh, so! Sind da oben jetzt wieder Herzen Bitte Da ist man da auch Nein, sind sie nicht Schade Ach, die Hälfte meines Lebens Egal! Was ist da drin? Äh, gut! Sieht schwer aus, dafür sehr cool! Ah, Mann! Erinnert euch an einen Ja, hm! Das schwärzt sieht aus, als wäre es aus Final Fantasy! Aber wer weiß es schon! Oh, ja! Wir sind draußen! Ja! Nein! Oh, yeah! So, ich suche gerade immer noch nach einem Speicherplatten Ach ja, Goombas! Der habe ich vermisst! Zomba! Voll gut, das wird... Ach ja, genau daneben Wird keiner erkennen, was das ist, ne? Wird keiner erkennen! Äh, auf den nicht! Magie heilen! Komm schon! Ja, ja! Und noch ein Zomba! Ja! Eww, sie hat ihn gefinisht! Krass, total krasse Frau! Beide Stufe 4! Eww! So! Schön Geals fahren! Ja, Stufe 5! Man! Verarscht ihr mich gerade! Ich töte euch alle! Magie will ich denn verwenden! Heilen! Zack! Eww! Hässlicher Goomba! Ich habe 88 Leben! Hm! Komischer Zufall! Ja! Nein! Diese Viecher! Ja! Kotzt mich so an! Ja! Sterf doch einfach! Ja! Oder daneben! Komm schon, jetzt! Nimm das! Geh wir im Angriff! Zack! Gesnitten! Oh! Damage! Was für! Was für! Heilen! Komm schon! Angreifen! Und jetzt töten! Was für! Hau nicht daneben, du Mongo! Bist du beendet! Sag mal! Bist du blöd! Sag mal! Bist du blöd! Und jetzt! Ähh! So! Oh ne! Jetzt endlich sind wir zurück! Kaufen ist alles gut! Ja ja! Bla! Auf zu labern! Können wir speichern! Zack! Zack! Und dann beenden wir die zweite Folge Evoland hier! Bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ne positive Bewertungen da! Wenn es euch nicht gefallen hat, dann verpisst euch! Und kommt nicht wieder! Dankeschön! Bye!